Guten Tag! Auch heute möchte ich Ihnen eine Episode aus meinem Episodenbuch Gottlose Type vorlesen. Hier geht es mal um meine eigene Partei. Das ist manchmal gar nicht so einfach, eine Linke zu sein und sich entsprechend einzumischen. Linke und Polizei. Nein, links sein ist nicht leicht. Zuweilen geradezu extrem kompliziert. Es ist einige Jahre her, da wurde ich, ob eines schlimmen Regelverstoßes, wieder einmal gemaßregelt. Per E-Mail. Also modern. Aber nichtsdestotrotz klipp und klar. Ich sei auf Verräterspur wurde mir mitgeteilt. Worum ging es? Am Berliner Alexanderplatz tagte ein europäischer Polizeikongress. Unter Linken trug er den Stempel Rüstungsmesse. Und in der Tat hatten sich in der Lobby alle aufgebaut, die neue Überwachungstechnik oder moderne Kleinwaffen zu bieten hatten. An einer solchen Veranstaltung beteiligen sich richtige Linke nicht. Sie demonstrieren kraftvoll davor, schrieb mir ein Fraktionskollege in Stammbuch. Ich nahm dennoch an der Diskussion teil, zu der alle Fraktionen des Bundestages eingeladen waren. Als Linke lehnte ich die Vorratsdatenspeicherung aller Telekommunikationsdaten und anderweitige Eingriffe in verbriefte Bürgerrechte ab. Als einzige auf dem Allparteien-Podium, wenigstens ich, fand ich. Nicht, dass mir jemand vorwerfen kann, ich sei unbelehrbar. Tags darauf, drinnen beriet noch immer der Europäische Polizeikongress, zog ich mit meinem Büroteam vor das Kongresscenter. Wir wollten die angekündigte, machtvolle Demonstration stärken. Es war ein voller Erfolg, denn wir vier verdoppelten die Teilnehmerzahl der anwesenden linken Protestanten. Mein Fraktionskollege, der mich zuvor so vehement getagelt hatte, war leider nicht da. Aber das hatte sicher wieder sehr linke Gründe. Wie Sie sehen, ist das Leben nach wie vor widersprüchlich und das nicht nur in der Auseinandersetzung und Konkurrenz zwischen denjenigen, die jeweils eine Regierung tragen und denjenigen, die in der Opposition sind, sondern manchmal auch in den eigenen Reihen, wenn es um den richtigen Weg geht, unsere Überzeugung auch in die Gesellschaft zu tragen und neue Mehrheiten zu finden.